Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, in der es heute um die Frage von Thorsten aus Solnhofen geht. Der Thorsten hat über das BR beobachtet, dass wir Freien Wähler hier im Maximilianeum diese Parlamentswoche eine aktuelle Stunde auf den Weg gebracht haben, um darüber zu diskutieren, wie Bayern am besten mit Corona-Leugnern, mit der zunehmenden Spaltung unserer Gesellschaft umgehen kann. Und jetzt will der Thorsten von mir wissen, warum dieses Thema und vor allen Dingen, welche Konzepte wir denn präsentiert hätten. Ja, lieber Thorsten, vielen Dank für die Frage. Darauf gebe ich dir natürlich sehr gerne eine Antwort. Zunächst, warum dieses Thema. Ich versuche es vielleicht mal an einem Beispiel. Wenn man in die Drucksachensuche des Bayerischen Landtags den Terminus Corona eingibt, dann spuckt einem die Maschine über 1000 Drucksachennummern aus, über 700 Anträge, fast 500 parlamentarische Anfragen, 20 Gesetzesinitiativen. Ja, man kann sagen, dass unser Parlament sich in seiner gesamten Geschichte noch nie in vergleichbarer Zeit so intensiv mit ein und dem gleichen Beratungsgegenstand befasst hat. Und trotzdem, lieber Thorsten, sind da draußen Menschen unterwegs, ganz gleich ob in Berlin oder in Leipzig, die sich auch noch auf wirklich perverse Weise in der Nachfolge von Anne Frank oder Sophie Scholl sehen, wenn sie die Menschen Glauben machen, wir lebten in einer Art entparlamentarisierten Corona-Diktatur. Weil es so etwas derzeit gibt in unserer Gesellschaft, weil es eine solche Bewegung gibt, sind wir Freien Wähler überzeugt davon, dass es dringend an der Zeit ist, nicht einzig zu reden, wie die letzten Wochen und Monate über all die ökonomischen, über all die gesundheitspolitischen Folgen der Pandemie. Nein, ich glaube, wir müssen uns zwingend auch darüber miteinander unterhalten, was diese Pandemie, was Covid-19 mit unserer Gesellschaft macht. Und ich glaube, dass wir wohlberatend sind, das jetzt zu tun, zu einem Zeitpunkt, zu dem sich unsere Gesellschaft, weiß Gott noch nicht als Gesellschaft selbst in einer Krise, befindet er zu einem Zeitpunkt, zu dem der Spaltpilz, den manche politische Geschäftemacher in unsere Gesellschaft treiben wollen, in der politischen Mitte eben noch nicht verfangen hat. Denn derzeit engagieren sich Gott sei Dank Millionen von Menschen in unserem Team Bayern im Kampf gegen diese Pandemie, deutlich mehr, als das ihre Pflicht wäre. Über 80 Prozent der Menschen in Bayern sind d'accord mit den Maßnahmen, die wir als Staatsregierung aus Freien Wählern und CSU miteinander auf den Weg gebracht haben oder wünschen sich sogar noch restriktivere Maßnahmen. Sogar die Mehrheit der Anhänger der AfD unterstützt derzeit unsere Politik. Das heißt allerdings nicht, dass wir nicht ein paar Hausaufgaben hätten. Und jetzt komme ich zu dem Konzept, das wir vorschlagen, dass wir nicht ein paar Hausaufgaben hätten, um dafür zu sorgen, dass das so bleibt. Ich habe deshalb in dieser Plenarsitzung, in der aktuellen Stunde, drei Maßnahmen vorgeschlagen. Aus meiner Sicht bedarf es erstens einer Kommunikationsoffensive. Ja, lieber Thorsten, ich glaube schon, dass wir als Politik der überwältigenden Mehrheit der Menschen, die bereit sind, uns zuzuhören, noch deutlich besser erklären müssen, warum wir wie entscheiden. Ich mache noch einmal ein Beispiel, die Schließung der Gastro. Wenn ich draußen mit den Menschen rede, habe ich das Gefühl, dass da immer noch nicht angekommen ist, dass niemand in Bayern die Gastronomie geschlossen hat, weil irgendein Politiker Zweifel an Hygienekonzepten hätte. Ganz im Gegenteil. Wir haben schlicht das Erfordernis, 75 Prozent der Kontakte zu reduzieren und den politischen und gesellschaftlichen Konsens die Schulen aufzulassen, sodass das eine der Preis für das andere ist. Ja, also wir müssen noch besser erklären, warum Politik wie entscheidet. Und ich meine, Thorsten, wir brauchen dafür auch noch Partner aus der Mitte der Zivilgesellschaft, die uns dabei helfen, die 20 Prozent der Menschen zu erreichen, die Politik derzeit den Rücken zugekehrt haben. Mit anderen Worten vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, wir dürfen in so schwierigen Zeiten wie diesen die öffentliche Meinungsbildung nicht veganen Fernsehköchen und irgendwelchen Schlagersängern aus dem Dschungelcamp überlassen, sondern wir müssen als Politik und als Zivilgesellschaft dafür sorgen, dass die Informationen und dass unser Entscheidungsverhalten transparent auch bei den Menschen ankommt. Am Ende des Tages sind wir nämlich nicht auf kluge politische Entscheidungen, sondern darauf angewiesen, dass wir die Menschen mitnehmen und sie von unseren Entscheidungen überzeugen, sodass sie sich dann auch an die Maßnahmen halten, die wir auf den Weg bringen. Erstens also Kommunikationsoffensive. Was wir zweitens nach meiner festen Überzeugung brauchen, ist eine Transparenzoffensive. Wir müssen Fake News durch Fakten ersetzen, und zwar dort, wo Fake News entstehen, online und im Internet. Denn aktuell im Lockdown ist der vorpolitische Raum vorübergehend außer Kraft gesetzt. Die öffentliche Meinungsbildung findet nicht wie sonst an den Stammtischen statt, in den Verbänden statt, in unseren Vereinen statt, wo es ein gewisses soziales Korrektiv auch gibt. Nein, sie findet verlagert in einem digitalen Raum statt, zwecks Lockdown, dort, wo die Keimzelle von Fake News ist. Und umso wichtiger ist es, dass wir dort online und im Internet Fake News durch Fakten ersetzen, dass wir, wenn du so willst, lieber Thorsten, die große, die überwältigende Mehrheit der vernünftigen Menschen argumentativ aufrüsten, um in der Debatte mit denjenigen bestehen zu können, die als politische Rattenfänger Kapital schlagen wollen aus dieser Pandemie, die die Pandemie missbrauchen, um politische Geschäfte damit zu betreiben. Also Kommunikationsoffensive und Transparenzoffensive. Und was wir drittens und letztens brauchen, so habe ich das in der Plenarsitzung vorgeschlagen, ist klare Kante. Klare Kante gegenüber denjenigen, die außerhalb unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sich stellen, die sich jenseits unseres Rechtsstaats stellen, die sich jenseits des gesellschaftlichen Konsenses dieser Tage stellen und schlicht mit Regeln brechen. Und ich meine damit ausdrücklich nicht, das sage ich ausdrücklich, diejenigen, die berechtigte Zweifel haben, die politische Maßnahmen kritisch beurteilen, ganz und gar nicht. Ich meine aber schon, wer ohne Maske, ohne Abstand und damit letztlich auch ohne Anstand demonstriert, Regeln bricht und sich dabei auch noch auf abartige Weise als Epigone von Sophie Scholl inszeniert, dem muss unser Rechtsstaat sehr klar mit klarer Kante über seinen Irrtum aufklären. Und ja, ich meine auch, dass das gilt für Bundestagsabgeordnete wie diejenigen der AfD, die ernstlich meinen, sie müssten Quarulanten in die Herzkammer unserer Demokratie einschleusen. Diesen Leuten müssen wir ganz klar sagen, nein, egal wie oft ihr das skandiert, ihr seid nicht das Volk. Wir sind das Volk, die überwältigen die Mehrheit der Vernünftigen. Und Demokratie bedeutet eben gerade nicht, dass die große Mehrheit sich von einer, ja, lauten und vor allen Dingen erkenntnisresistenten Minderheit auf der Nase herumtanzen lassen müsste. Also klare Kante. Diese Trias aus Kommunikationsoffensive, Transparenzoffensive und klarer Kante unseres Rechtsstaats, die habe ich vorgeschlagen und ich meine, dass das ein guter Beitrag sein könnte, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten, ein weiteres Auseinandertriften unserer Gesellschaft zu verhindern. Und ich meine abschließend auch, Thorsten, dass wir da alle gefordert sind, ja, dass es wichtig ist, dass wir alle in diesen Zeiten unseren Beitrag dazu leisten, dass unsere Heimat gut durch diese Krise kommt und dazu gehören nicht nur die Maßnahmen und das sich daran halten, dazu gehört es auch, dass wir alle dazu beitragen, den Egoismus von manchen ein bisschen zurückzudrängen und durch Einigkeit zu ersetzen und vor allen Dingen dort auch aufzustehen und sich einzubringen, wo erkennebar Fake News in Umlauf gebracht werden, wo per Desinformation politische Rattenfängerei betrieben wird. Dort müssen wir schauen, dass wir mit Fakten Information dagegen setzen. Das war das Maßnahmenpaket unserer aktuellen Stunde, ist hiermit erklärt. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet sie wie immer unten in den Kommentaren. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian.